Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3. Ja, und wir stürmen aufs Finale zu. Wo geht's denn hier lang? Okay. Ein riesiger Turm. Aha. Da haben wir schon den ersten Feind. Gil, sag mal, wieso trägst du keinen Zauberstab? Muss man nicht verstehen, oder? Nicht erreichbar. Ja, ich kann nicht sogar meine Brotten fassen. 19 reicht. 1-Hit. Okay. Reicht. 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 Und auch von der Anball aufhemden. Reicht. Reicht. Da vorne ist ein Teil. Außerhalb! Bleib hoch! Okay. Das wird euch. Fall zurück! Fall zurück! Matthew! Bleib ihn mir! Wir müssen weitergehen! Mindflare! Mindflare! Es ist vorbei. Es ist ein glimmer von etwas, außer seinen Worten. Aber in einem Moment ist es weg. Er hat mit Angst. Ein letzter Weg. Dann sind wir klar. Okay. Geist des Landes. Ich glaube, wir sollten uns buffen. Was haben wir hier? Öl der Verbrennung. Kleine Brandstiefe. Verderben. Bosheit. Komm her. Bosheit kann schon mal aufs Dings drauf. Hügelriesenstärke. Ist was für... Gazelle. Oder Wolkenriesenstärke. Komm, Wolkenriesenstärke. Ist was für Gazelle. Gasform. Elixier des grenzenlosen Fokus. Was kann das denn? Trinke dich, um bei Konzentrationswürfen im Vorteil zu sein und nicht bezaubert werden zu können. Du kannst nicht magisch zum Einschlafen gebracht werden. Ersetzt bei Konzentration. Aha. Okay. 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 Mach da mal auf die Waffe drauf. Tank der Geschwindigkeit. Unsichtbarkeit. Ah. Wo haben wir noch? Unsichtbarkeit. Engelsschlaf. Ah. Ne, komm. Dann nehmen wir... Geschwindigkeit. Gut. Was kannst du gebrauchen, Schatz? Feuerresistenz. Elixier der nekrotischen Resistenz. Tank der Geschwindigkeit. Hast du auch. Mhm. Mhm. Ach. Ach Scheiße, habe ich jetzt den Tank der Geschwindigkeit geschlubbelt? Ach, das ist ja blöd. Da werde ich ja lethargisch gleich. Was haben wir denn sonst? Komm. Gönn dir den. Es ist keine Zeit, um zu verbrauchen. Wir können uns ein bisschen Lezelle. Wo haben wir die? Gibt Gell auch mal ein paar? Ja, Bosheit. Mach drauf. Initiative plus 5 ist schon nicht schlecht. Ich habe dir doch gerade die Hügelriesenviecher da gegeben. Ach so, da ist Messikin. Gale. Schattenherz. Lezelle ist ganz oben. So, Wolkenriese, Stärke auf 27. Okay, okay. So, und du? Wattest du? Ja. Kannst du nicht? Warum kannst du das eigentlich nicht? Blitzresistenz. Ist ja das Bosheit. Was ist denn Bosheit? Ja, das ist gut. Es ist gut. Ich rühre, obwohl es alles war. Was ist denn Gotts? Bist du böse? Dann ab dafür, Mädels. Oh, hier sind doch schon Feinde. Oh oh. Okay. Ich muss weiter kämpfen. Ich muss weiter kämpfen. Die Siegung ist nicht erreichbar. Kaputt. Kaputt. Wo geht's denn hier lang? Alle am Start? Ah, da ist wieder einer. Oh, da ist wieder einer. Oh, da ist wieder einer. Hol'nit? Sehr schön, Schatz. Sind wir noch im Fight? Offensichtlich. Ja, aber gegen wen? Der da? Na gut. Auch Gail schafft's hier hin, super. Woher geh ich von hier? Wo du bist. Licht an meinen Faden. R-Ruf, Verstärkung der Fässer. Geht weg! Verwündete Ruf! Geht weg! Ah, warten wir. Ich glaub ich brauch die noch nicht. Geht weg! 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 Ich geh weg! Geht weg! Du wirst mich finden. Alle am Start. Wenn wir da in so eine Falle reinlaufen. Okay. Das ist gut. So kannst du das nicht sagen. Herr Summe. was kacke du bist dran, der Zell Warum kannst du denn nur so kurz laufen? Ich denke, du hast hier... Schade. Die Todesmacht ist nur ein Wort weg. Die Todesmacht ist nur ein Wort. Die Todesmacht ist nur ein Wort. Verwinden Sie sich. 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 Nein! Du Peniseng. Ja, ja, bleib mal hier. Ja, ja, bleib mal hier. Ja, 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 ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Schatz, wie wär's noch mal mit so einer kleinen, schnuckeligen Insektenplage? Wär das nicht? Fabelhaft? Ja, ne? Dann gehst du hier in Sicherheit, kannst noch mal hier den Dicken zurückholen und dann sollen die doch mal da durchlaufen. Okay. Was hast du für geile Sachen? Gegenschlag. Ziel ist blockiert, okay. Achso. Das ist so ne Sache, okay. Und was haben wir hier? Lampenfieber? Magiekonzentrierte Detonation. Oh. Oh. Wen haben wir denn hier sonst noch? Oh. Okay. Hier unten sind auch welche. Was ist das denn hier? Guck mal. Ein schwarzes Loch. Oh. Weg. Schön. Mein Freund. Äh. Oh. Schön. Äh. Ja. Da wollt ihr hochkommen. Alles klar. Mhm. Gut, da hast du hier einen, den du vermoppen kannst und da hast du auch einen, den du vermoppen kannst. Und dann könntest du mal mit dem Pfeil das Ding her zerschießen, ne? Oh, ist in Ordnung. Wolltest du nochmal Verbündete herbeirufen? Geht nicht. Ich bin Fury. Ich bin Tod. Du hast leider keine Pfeile. Warte mal. Masekin, die hat hier, äh, die hat Pfeile, weißt du? Und da kannst du einfach mal hier, bam, machen, wüsste? Hast du schon einen platt gemacht, ne? Aber hier hast du nochmal eine... Ah, schön. Schön, 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 schön. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Besser. Kann man so sagen. Oh ja. Kaputt. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. In ihrem Namen! Okay. Willst du den hier einfach mal... Schön, Schatz. Schön. Schön. Ja. Reicht doch. Hast du noch mal. Dann gehst du wieder auswirkend zur Schlusslinie. Gutes. Ah, es tut weh, ne? Scheiß Insektenbelage. Ah, ah, ah! Kalte Knochen. Es ist alles! Hat der sich jetzt ernsthaft drei Meter weiter teleportiert? So, du kommst mal hier hin. So, und was hast du da im Angebot? Was ist das? Ach so, da ist alles klar. Das ist Lampenfieber. Mächtige, magische Detonation. Oh, 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 okay, okay. Gedankenschlag. Gehirne rausziehen. Geht auch nicht. Du musst also immer nah dran sein. Energietunnel. Okay, das ist auch eher kontraproduktiv. Schwarzes Loch. Das ist doch eine Sache, mit der können wir, können wir arbeiten. Ja. Gut, bin zufrieden, mein Freund, bin zufrieden. Du hast sogar noch einen Move. Psyche zerbrechen. Wildes Risiko. Wildes, hohes Risiko. Gewehre einem Verbündeten zusätzlich 15% Psyche an und heile ihn nur, wenn er angreift. Beim Ergebnis von... Okay. Synaptischer Verzehr. Verschlinge deinen Gegner, verringe... Das ist auch wieder alles so... So ein Nahkampf-Scheiß. Das ist, äh... Gib auf. Absolut. Für unsere Glück! Kluck, er wird kaputt. So, äh... Fräulein vorn und zu. Ja... Kerle... Ich mach wie bei den Spotiaten. Ist okay. Schwester und Lethal. Ja, ihr geht mal hier raus. Mein Weg ist wahr. Ein Tafel für die Ängste. Du... Hast du hier noch irgendwas für... Du... Hast du hier noch irgendwas für... Oh, du konntest hier auch wieder, ne? Oh, ne schnuckelige kleine... Ich weiß nicht, was... Hör ihn. Komischerweise macht ihr keinen Schaden. Auf geht's? Du kommst hier raus und verbrat das hier. Oh, das ist ein bisschen hart. Oh, das ist ein bisschen hart. Oh, Schatz. Da sind ja auch noch welche. Wo die überall hier rumstehen. Oh, Schatz. 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 er haut wieder ab durch die insekten klar ich hasse euch klein zauberer ärsche so sehr ne deswegen so offer ist du musst mal schladen und was ist das gesundheit übertragen opfere die hälfte ok psionische überladung ja ich weiß nicht komm mal hier weg mhm 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 mh mhm 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 ja mhm 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 Jetzt. Ich hau euch alle platt hier. Ich hau euch hier alle platt. Ja. Schön. Tja. Tja, Lysel. Warten wir. Die schaffen das ganz von alleine. Immun gegen Todeswolke. Alles klar. Okay. Auf meiner Weg. Ach, scheiße. Der hat auch noch drei Punkte gehabt. Ach, scheiße. Okay. Ach, da ist noch einer. Er ist raus aus der Insektenplage. Tja. Warte tief und move. Victory erwartet. Alter. Ich muss mal kurz Pause machen. 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 Oh, er fliegt rüber. Ich muss mal kurz pause machen. Ich muss mal kurz pause machen. Ich muss mal kurz pause machen. Okay. Ich muss mal kurz pause machen. 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 Ich bin tot. Ich muss mal kurz pause machen. 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 Ich muss mal kurz pause machen können. Ich muss mal kurz pause machen. Ich muss mal kurz pause machen. Bis zu Hause. Mit nem Trank beschmeißen? Oh, wo hab ich denn jetzt hingeschmissen? Gut, dass das nur ein kleiner war. Ja, ich glaub, wir müssen den durchbringen, ne, den, den, den Kerl. Wär schon blöd, wenn der drauf geht. Okay. Soll erst mal, soll erst mal reichen. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Zivilist. Eine Truhe mit Heiltränken, das ist, äh, feine Sache. Ist hier hier irgendwas? Da ist auch noch eine Truhe. Auch gut, was ist das? Farbmittel, Harlequin. Okay. Ist in Ordnung, soweit. Ich bin so ein bisschen irritiert. Hier kann man... ...wahrscheinlich das Tor runterlassen, ne? Komm, wir gucken nochmal hier oben im, im Turm. Da, Kiste. Okay. Ich bin mir nicht genau sicher, wo wir, wo wir jetzt hin müssen. Ob wir da rein müssen, oder wo wir... ...gern gesehen würden. Hier liegt auch noch... ...ein Alchemistenfeuer. Okay. Okay, 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 okay. Ja, wir müssen, irgendwie müssen wir den Orpheus hier durchkriegen, glaube ich. Was hier ist verschlossen, okay? Und hier geht gar nichts. Hier kannst du einfach aufmachen, ist wahrscheinlich die blödeste Variante, die du wählen kannst. Und ich habe Astero nicht dabei, ich werde doof. Und hier ist auch verschlossen. Okay, okay. Okay, dann würde ich doch sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, wegen der kurzen Unterbrechung, aber es hätte mich fast zerrissen. Deswegen haben wir jetzt auch ein paar Minuten überzogen. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Bye-bye. Bye-bye. Vielen Dank.